Soo, Purschen vorbei und ich habe vergessen auch tatsächlich mal was anzuschalten. Soo, nächste Heldenmission, yeah! Level 48, ach, Billo! Ah, wo wieder drüben ist, ich glaube, wohl! Ich kämp' nach den Grün dahin, ich wundere mich schon, wenn da hier vorne kein Leben mehr geht. Ah! 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 Spielern geschenk. Ne, immer Rüstungsteil. Was hast du denn vorhin gemacht, weil du dich so aufgeregt hast wegen den Sprüngen? Sprüng? Ja, du hast dich da aufgeregt wegen irgendwelchen Sprüngen, die du gemacht hast und es hat mir so ganz geklappt. So, ne, ich habe einfach, da war so ein Symbol für eine ganz normale Quest, so ein Radius-Symbol. Und das hat mir eine obere Ebene angezeigt. Da war ich oben auf der Ebene und da musste ich dort irgendwas aktivieren, was ich nicht gefunden habe. Bin dann die ganze Zeit hin und her gesprungen und das hat mir irgendeinen Steg angezeigt, wo ich nicht hinkam, bla 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 bla. Bis ich irgendwann gemerkt habe, dass dieses Radius-Symbol, äh, dass ich nicht zum Radius-Symbol logischerweise muss, sondern dass es irgendwo in diesem riesen Radius ist. Ja, das ist Standard bei diesen Symbolen. Ja, ich weiß, ich hatte die nur ewig nicht mehr. Ah, okay. Ah, okay. Ich werde das wegschumpsen, ne? Bist du gut? Alter! Hör auf! Hör auf! Hör auf! Hör auf! Gureli Entwaffnung des Imperiums. Ungeschafft. Okay. Ach, die Schlechtheit ist meine. Aber die könnte die Kira tatsächlich anziehen, oder? 77 Beherrschung, 90 Ausdauer. 86 Beherrschung, 75 Ausdauer. Äh, ich weiß ja nicht. 86 Beherrschung, 358 Ausdauer. Oh ja, okay, aber du kriegst die Armschienen. So. Genau. Äh. Ich will nicht weiterkämpfen. Alter, hier ist ein Twitter-Sterben-Fuzzi dazugekommen. Willst du mich verarschen? Hm. Äh. Pyonor. Äh. 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 Ich weiß nicht, was ich weiß. Ah! Fah! Ja wie viel Geld habe ich denn überhaupt? 74.000. Okay. Dann kostet mich jetzt, ich hatte vorgestern 90.000. Ach du Scheiße, kostet mich das jetzt viel. Oh shit. 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 Hey. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Schicksal aufklären zehnten Grades und das hier zehnten Grades. Okay, hier sind wir jetzt die Schützen, die mich wegbouncen werden. War klar. Ach komm, lass mich doch in Ruhe. Du musst wegschubsen, bist du tot. Du genau so. Du genau so. Du bist hier. 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 umhauen. Hier stehen nur zwei. Ich muss sagen, da hatte ich auf Tatooine mit Stufe 29er Mobs weitaus mehr Probleme als hier. Wie gesagt, das liegt an diesem riesen Damage Sprung deines Lichtschwärts wahrscheinlich. Wer weiß. Kommandant Ruby. Der hat eine Civ-Rüstung und der hat 70.000 Leben und ist ein Henker? Das ist ein Henker. So, wo ist alles hoch erledigt? 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 So, na dann kämpfen wir mal gegen den Henker-Typ. Das ist doch wie ein Civ. So, wo ist alles hoch erledigt? So, wo ist alles hoch erledigt? Das war's für heute. Boah! Na komm, frei umdreht sich für ein Later, oder? So, ich komm jetzt auch nach Kuril, ja. Mit Verspätung. Joah! Ich muss mein Schwert aber auch, dass ich den Exxon holen kann. Okay, nicht herangehen. Kommt jetzt auch, dass ich den Exxon rauskomme. Der hat gedauert, ey. Ey, er büßt sich Angriffskraft ein. Ne, ging nämlich nicht dem Vagowisch. Aber, nächster Helden, bloß zwei Quests anledigt. Tut die Finger weh, ey, vom Pettastenspam. Ey, warte mal, was ist denn da? Rette die Geiseln! Was? Aber bist du doch nicht durch. Vor allem, rette die Geiseln! 0 von 10! Was? 1 von 10! Wow! Soll ich jede Scheiß-Tür hier abklappern, die geschlossen ist. Oh, da stand grad ne männliche Geisel. Hm! Ich wollte mich ziemlich schon raus-TPen. Das Dumme ist, wenn du das verlässt und erst später wieder hier rein gehst, sind die ganzen Gegner wieder da. Das ist nicht gut. Und noch rennen wir auch. Okay, ich muss kämpfen, es geht nicht anders. Hallo, rennst du mal? Dann Doe! Ich kann das nicht. Oh, nein. Dann strachst du mal. Oh, nein! Lief! Ja, du wirst! Dann rügel! Ah, komm, fall um, seit letzten drei Typsen sind wir hier. 5 und 6 Wo sind die anderen? Es müssen noch 4 Stück sein Hier sind wieder 2 Die Geiseln könnten mir ruhig mal ein Geschenk geben, dafür ist ich die Befreie Kriegst du schon Dingsbums Belohnung, wirst du ja reichen Was ist eine Dingsbums Belohnung? Ja die Belohnung der Quest, kriegst du ja schon viel zu sein Das Zeug verkauf ich Da ist der Loot von den Mobs besser als die Questbelohnung So, alle Geiseln bereit Wobei Stufe 51 Kisten zum öffnen Ja doch, das ist von 55 Beherrschung auf 107 Und von 72 Ausdauer auf 141 Ich kann den nicht ausrüsten, warum? Ich hab das doch schon genauso Das Teil Stufe 51 Hä? Warte Den müsst ihr ja rüben, geh ich gleich auf die Spur Erstmal hier raus Aus diesem Hotel oder was das ist Äh, da lang Hier raus So Warum kann ich den nicht einsetzen? Erzählt mir das Jetzt kann ich's Äh, äh, äh Menü öffnen Cool So Ich hab jetzt 15.685 Leben Läuft Jetzt muss ich das Zeug erstmal alles verkaufen Was ich hab Stopp mal Map Hier ist Mission oder ein Misserfolg Eintour, du bist ein Arsch Ist keine 10. Grad Mission mehr Ich hab tatsächlich Teil der Arbeit oder bei der Donnerwerft noch eine Aufgabe Managementwechsel Dann gehen wir da hin, das heißt zur Donnerwerft einmal Teleportieren Da unten Wo ist alle? So, wo ist hier ein Typ? Sie zum Verticken Äh, was blinkt denn da auf? Pferde zum schwarzen Loch Ach, stimmt Da will ich aber nicht hin Ich hab Angst vor dem schwarzen Loch Ja, wer weiß, was sich da drin befindet So schnell stirbt Hä? Kira? Da Die Alte war unsichtbar Hä, die sagt bloß so schnell stirbt Ne Anna war so unsichtbar Und das sagt sie ja nur, wenn wir angegriffen werden Und ich fast tot bin Irgendwie gibt es ja keine Typsie, wo ich Zeug verkaufen kann Was soll denn das? Hä? Äh, was fährt denn da vorne für einer? Irgendwann Was? Darko der Rächer Typ Ich werd den mal verfolgen Was machst du hier am Spawn? Ich will Zeug verkaufen Ich find nur nischt Kannst du mir mal helfen, wo hier Sprengsätze sind? Ich war hier schon die ganze Zeit rum Äh, warte mal, du musst hier Sprengsätze suchen? Die Mission hat ich gar nicht Die Mission hat ich gar nicht Ist das ein Helden plus 2 oder eine Standard Mission? Ähm, Standard Mission Dort, dann hab ich die nicht Ich such halt jetzt grad nur ein Gypsy, wo ich Zeug verkaufen kann Da! Ich hab einen Okay, Medi-Kids Warten Sie die Untersuchung und Produkte Wo kann ich hier nicht kaufen? Schade Äh, hab ich schon eins von denen, die es hier normalerweise gibt Ne Okay, das verkaufen Das 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 nicht Das Schwert wollte ich hier auseinander nehmen Das kommt mal hier unten zum Medi-Kit Im Moment Ich hab nemithbrauch für Eilthur 229 bis 425 Schaden Boah Die kriegt Eilthur Sie sind einsatzbereit Kehren sie auf Ihren Posten zurück Äh, ich hatte hier aber eine andere Mission Das ist die Mission und zwar schwarzes loch nein dahinten management wechseln in diese richtung ich vermisse schon wieder was mein kleidmanns? mein roadrunner genau oder roadrunner kennst du den roadrunner? ja klar aber ich kenn nur die variante von tom und jerry ah nee looney tunes ja der so gezeichnet aussieht mep mep ja der ist fetzig doch ich fahr richtig wenn du holocodes findest sag bescheid ich habe bis jetzt noch kein einziges gefunden dann soll ich erst recht welche finden oder wie? joa du findest die ja immer so just for fun ich bin ja meist immer gezielt auf der suche danach ja komm dieses eine mit dem luftballon das war wirklich absurd dass da wirklich was war ja am ende hätten wir es eh rausgekriegt wenn wir es gegoogelt hätten ich habe bisher glaube ich nur einmal die datacons gegoogelt und den anderen da auf der klippe da ähm das war peinlich ich bin ja absichtlich irgendwo runtergefallen naja ich habe das ding einfach nicht gesehen obwohl das schon fast auf augenhöhe ist ich habe es zwar gesehen aber ich meine den eingang in die höhle das war ja einfach nur weil ich so dusselig war und darunter geplumpst bin naja was ist hier los gut vorstellen dass es irgendwo auf so einem fetten raumschiff jetzt ist raumschiff? ja hier sind überall raumschiffe hammerhead klasse also ich komm mit dieser karte sowieso noch nicht klar die ist mir zu voll mit struktur ja so muss es aber sein da ist der eingang und hier bieten sich jumpruns halt richtig gut an für datacons ja mal wenn ihr nichts findet ja ok ihr seid 48 habt nur 10.000 leben und das der sterntyp sind 23.000 leben wir machen erstmal die below gypsies kira du stern ich die anderen drei alles klar lass 25 von den gypsies why not ok 4 von denen sind dann doch schon ein bisschen knappig wauw 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 wav wauw w Naja, hier sind wieder drei, vier... naja komm, scheiß drauf. Macht ja sonst kein Spaß hier. Hallo, du sollst kämpfen, du Typ! Alter! Na, auf der Weg! So schnell stirbt niemand. Alter, jetzt reicht's ja. Jetzt hofft mich immer wegzuschubsen, ne? Wenn man beim Kämpfen aus dem Fenster guckt und ne hübsche Frau sieht. Läuft bei mir. Ja. Läuft bei mir. Ich muss da hin, ich muss noch 15 umnäten. Das da, das da und das da machen, was auch immer. Irgendwas ist hier schon die Aufgabe. Äh, siebten Grad ist fertig. Nein, Kira, du wirst nicht weggeschickt. Komm mal. Ich muss da rum. Wenn ich jetzt warte, bis der weg geht, kämpfe ich nur gegen vier. Wenn der dort bleibt, kämpfe ich gegen fünfe. Ich warte lieber, bis der weg geht. Oh Gott. Hier ist kein einziger Stern-Typ dabei. Zehntausend? 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 Nö, rein hier in die Menge. Ab! So schnell stirbt niemand. Oh, ich bin tot! Ich hätte vielleicht doch nicht in die Menge hüpfen sollen. Hüp... Upps! Soll vorkommen... nicht bitte renn weg, renn weg, ganz schnell los, schnell, 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 8 Sekunden und Meditation so schnell stirbt niemand so und jetzt auf Neues, jetzt nehme ich mir jetzt erst diesen fetten Kanonentyms hier vor ja, nicht mit wegschubsen, du Arsch so, da bist du laut und du hoch was sagt dann jetzt dazu ach ja, doch, dass mich immer zu hauen okay Okay, wie so dumm. Was hab ich euch getan, dass ihr mich immer so paralysieren müsst? Ah, 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 gut. Okay, krieg ich noch mehr Attack Damage, das gefällt mir. Hier büße ich es wieder ein, also bleibt das weg. Ähm, ich muss noch neun Stück besiegen, das krieg ich hier hin. Was kriegst du denn? Neue Kips ist aber auch die Bonus-Bizion. Also die Bonus-Bizion. Also die Bonus-Bizion. Was ich glaub ich immer auch so einmal auf Kette-Bizion macht. Na, ich fahr' dabei immer XP. Und... Äh, nein, ich fahr' dabei XP und, äh, Ruhm. Ey. Ich muss nur abknauen. Du haust dich, ich bin paralysiert. Du stirbst. Alter, wieso hat der... Sei da... uresgerät. Ja. dr So. Ähm, jetzt muss ich. Einmal da hoch, einmal da hin und einmal da hin. Ich mach mal vier Idioten um ihn. Hey, da komm ich nicht so ganz schick vorbei. Hey da, nö. Wieder so ein Bauten und Bauten. Jetzt nicht mehr. So. Äh, ey, wo kommen die noch immer her? Die waren gerade noch nicht da. Na ja, das ist aber eine, wo eigentlich gar nichts nachspawnt in der Mission. Und die waren halt wirklich überhaupt nicht zu sehen gerade. Ich versuche mich ja sowieso schon vorbeizumogeln, weil ich nicht mehr so viel kämpfen will. Äh, dort ist das andere und ich muss noch einen umnieten. Kämpfen wir gegen die. Die haben nicht so viel Leben. Und roll. Ne, ne? Ja,urance. Oh, ja, Ihr IN уб consultantственно. Musik-Cola. So, Mission erledigt, oder? Nee. Hä? Hecke die Türsteherkon... so... was? Warum? Die hab ich grad gemacht. Die Mission. Okay. Okay. So, dann müssen wir halt noch die Tür hacken. Geht ja nicht anders. Ihr Wunsch ist mir Befehl. Die Angelegenheit ist so gut wie erledigt. Geht ja nicht anders. Und da kann ich mich nicht vorbeimogeln. Also scheiße, da läuft grad einer hin. Der... ach der hat ja Below Leben. Kira, wegen... die haben sie uns gesehen! Du... blöde Kuh! Wunsch! Ich kenne die Scheiße, was denn so da kommt? Dann musst du den ganzen Scheiß Weg nicht zurück machen. Ach der Weg ist nicht das Problem! Der Weg ist nicht das Problem! Ähm... Und jetzt? Abgeschossen, zerstöre, Treibstofflager, wo? Hä? Hä? Das verstehe ich jetzt nicht. Ich hab nix gekriegt und gar nix. Mir wird hier auch nix mehr drin angezeigt. Du musstest da... du hast es ja auch schon gemacht. Du hast die Tür gehackt. Ich bin gerade sehr beschäftigt... ...mit sterben. Warte bitte kurz 5 Minuten. 5 Minuten soll ich warten. Ich versuch zuzuhören, was war deine Frage? Ähm, du hattest die ja auch gerade, wo du erst 3 Konsolen aktivieren musstest. Dann solltest du die Tür hacken. Genau. Nach dem Tür hacken war Schluss oder wie? Ähm... Nö, da musste ich noch so einen Treibstoff... ...oder bin ich gerade dabei, dieses Treibstoffdepot in die Luft zu jagen. Und wo ist das? Mir wird hier nix angezeigt. Ähm, wieder beim Ausgang. Ach, wow. Also doch nix mit Schnellreise. Ne, das war mein Fehler. Das habe ich eben auch gerade gemerkt. Das habe ich eben auch gerade gemerkt. Naja... Ich muss mich wieder überall vorbei im Morgang, wo ich nicht kämpfen will. ... Oh. ÄH , warte mal... du hast mich von rum gebracht, du Arsch. Näh, hier drücken wir gerade. so hast du hast mich umgebracht ich habe dich umgebracht jetzt mal am ausgang soll das sein da wird mir nur der ausgang an sich angezeigt mir wird hier nix angezeigt da guck mal ganz raus wieder aus allem kommt nicht raus aus dem ganzen tag und dann auch da zerstört genau oh hier sind ja welche aufgetaucht ja 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 Zweite Staunen. Und der Tritt ist auch erledigt. Schön. Nächste Quest fertig. Ist das gebrochenes MK2 Relikt der Reakti-Ralla-Mama-Dingsbums? Okay, das mit 110er Wert wird ausgetauscht. Das sind nämlich die gleichen Werte. So, und was ist das? Angriffskraft büße ich ein. Schildwert, Verteidigungswert? Nee. Machtkraft büße ich 124 Punkte ein. Nee. 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 Und nochmal. Nee. Äh, ich hab noch eine Held plus zwei Missionen, Darko. Ja gut, dann bist du doch ein bisschen, 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 bisschen weiter als ich. Ich habe noch mindestens drei, dann röste ich gerade nicht. Ich hab drei, äh, eine Held plus zwei Missionen, zwei, äh, die drei normale Missionen und dann noch die, äh, äh, die drei Punkte sind. Ja. Ja. Was ist denn hier oben schon wieder los? Gefechtsgeschicke. Äh, passiv bei der Disziplin Verteidigung verlangsamt, macht Schwung das Ziel 10 Sekunden lang. Verringert die Abklingzeit von Macht Chances. Das Aktivieren von Kampffokus säubert von Bewegungseinschränkungen und Effekten und erhöht dein Bewegungstempo um 50% und gewendet montiert gegen Gewerbe blablabla. Wenn du den Kampf verlässt, wird die aktive Abklingzeit von Macht Sprung. Das nehme ich. Funktionspunkt Fortschritt. 13.000 Erfahrung oder Geld gekriegt. Mann, das ist Erfahrung oder Geld? Geld, okay. Na dann. Warte mal. Bei der war ich schon drinne. Die habe ich wieder aufgegeben. Dann machen wir die erneut. Ist jetzt tatsächlich viel einfacher als so. Ja. Bei der war ich nämlich vor zwei Tagen schon drinne und bin gleich wieder rausgegangen. Das war mir ein bisschen zu. Ja. So, weil ich jetzt gegen vier kämpfen darf. Ich nehme jetzt erstes den Großen. Ach, gegen Pümpel. Hier kommt noch einer dazu. Ich bin zu beschissen. Alter. Du musst doch auf mich wegzubauen. Ach. 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 Aaaaaaah. Ach. Das ist alles um Crap. Was ist denn das? Primo-Murrikan-Kristall. Was war das denn, Bilot, Drohgile? Der hätte nach fünf Schlägen aufgefallen. Gute eigentlich die anderen aber mehr. Ach, die haben ja nur 3.000 Leben. Okay, das ist creepy. Die ersten Drohinen haben über 10.000 Leben und hier nur noch 3.000. Alter, ist das denn einfacher? Die haben wieder 10.000 Leben. Das muss ich nicht verstehen. Das muss ich nicht verstehen. Was ist das? Ich habe Gegenstands Kiste bekommen mit Bauplan Wählerstoff-Armschienen, erfordert Stufe 56, erfordert Cit-Fertigkeit 455, wenn ich es verkaufe, bringt mir das keine Ahnung, ist aber eine Lobob-Ausrüstung. Das ist eine Lobob-Ausrüstung. Das ist eine Lobob-Ausrüstung. Was war denn das für eine Maske? Gerber Lederkopfschutz von Zerka. Ach. Ach. Ok, der Droide will sterben, der watscht einfach so belanglos auf die Schrift. Nö. Er hätte sich zweimal überlegen sollen. Da, ist er tot. Ich muss da lang. Kann ich hier irgendwie... Nee, kann ich nicht. Ich muss da lang. Ich weiß jetzt schon, dass mir das ganze eine Reise auf den Sack gehen wird, weil die Karte so riesig ist. Es geht! Es geht! Denk dran, du hast ja als Fähigkeit auch die Teleportationen-Dinger, was du immer zu den Dingern machen kannst. Das geht einfach dann. Das ist recht easy. Bei den Helps-2-Müssen kannst du dich ja direkt davor hin tippen. Ach du Scheiße, 12-6-Droiden? Doch, ich? Du Held von Kira. Warte mal. Ich kann nur zum Medi-Center zurück gehen. Okay. Alter, gegen 6 Truinen? Ich soll die Stadt gebacken kriegen? Warten Sie die Untersuchung, was du machst. Vorschläge. Erschütterung starb von Salada. Noch irgendwas? Hat auch einen gelben Kristall drin. Den nehme ich auch auseinander. Der wird auseinander genommen. Was für viele XP du hier für die... Sie sind einsatzbereit. Kehren Sie auf Ihren Posten zurück. Wo wollte ich jetzt hin? Da... Ich zum Schema aus... Ne, warte mal, das ist was anderes. Besorge die Reparaturmaterialien. Oh, ich muss erstmal wieder da hinfahren, wo das ist. Ich glaube, das war... Scheiße, wo war die Quest? Scheiße, wo war die Quest? Chemikalien... Biologische Kriegsführung. Ist doch gleich hier. Ist da unten, ne? Lass uns mal hinbreddern. Alter, da ging es sechs Truiden auf einmal. Das ist ein bisschen happig gewesen. Und hierbei mache ich gleich noch andere Quest mit fertig, wenn ich dahin fahren muss. Nein, pfui. Aus. Du siehst mich nicht. Ha. Sie sehen diese Dreckskameras so aus. Wie Kameras? Eben, ich finde sie aber nicht. Viermann. Ey, die sehen alles andere als Kameras aus, aber gut. Viermann sollte helfen. Genau, jetzt muss ich da lang. Ich mache die Quest doch erst später. Bevor die ganzen Typs sich wieder respawned sind. Da habe ich noch ein bisschen sputen hier. Aber warum konnte ich mich jetzt nur zum Medi-Center machen lassen und nicht darin heilen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Was ist denn das für eine Kindergartenkacke? Keine Ahnung, ob das vielleicht nur alle so und so viel Male geht. Aber jetzt möchte ich erst mal hier draußen kämpfen. Jetzt möchte ich erst mal hier draußen kämpfen. Also... So, hier lang. Geradeaus in die zweite gestrichelte Linie auf der Minimap. Also... Die da. Ne. Die daneben. Was ist denn das denn? Ich fahre doch außen rum. Ah ja, komm, das ist nur einer, der sieht mich nicht. He he. Ja, wenn du um die Ecke fährst und auf einmal dort drei Drohinen stehen, die auf dich zielen. Ne. Ist nie schön. Ja gut, das verstehe ich so. Ah, sie sind noch nicht respawned. Schön. Boing. Zwei Stunden. Bin ich schon dabei. Siebze. Ich denke mal, ich werde nach der Mission dann erstmal rausmachen und auf den Minecraft-Server gehen. Ich muss ja erstmal die ganzen anderen Folgen noch schneiden. Ey. So, sind das immer noch sechs Druiden. Eins, zwei, drei, vier. Wenn ich jetzt da reingehe... ...und das wieder sechs werden, dann tauchen zwei ja einfach so oft. Und das ist ja dann scheiße, weil rauslocken kann man die irgendwie nicht. Ähm. Das gibt's aber schon häufiger. Also, ich hoffe nicht, dass... Das ist einfach unsichtbar. Ja, da tauchen, da tauchen zwei auf. Ja. Das ist aber... Warte, ich seh's ja vielleicht jetzt gleich. Warte mal, schlock jetzt erstmal die Klebdinger hier raus. Oh, jetzt kommt sie alle raus. Ganz so vergessen. Ja, das ist aber... Das sind ja einfach unsichtbar. Ja, ja, aber guck dir mal das hier mal an, ey. Ja, das ist krass, nee. Da bräuchte man... ...verschieden starke Aue, also die mehrere... Aber jetzt kann ich mich hier drinnen wiederbeleben lassen, hä? Und ich hab nicht mal ein umgenietet. Ist das ein Helm, du hast zwei müssen? Ja. Na gut. Warte mal. Zwölf Sekunden, beweg dich! Beweg dich! Ich will die austricksen. Geht hier drinnen natürlich nicht so. Vier. Es war Heldenhaft von euch, dass ihr dem Imperium... ...erledigt! Ihr habt den Soldaten und anderen unschuldigen Opfern viel erspart. Naja, du bist doch immer eine Zeit lang unsichtbar, wenn du gestorben bist. Ach so. So bin ich ins Rechenland. Ich brauch's halt nur ehens anklicken. Ja. Haben wir das auch erledigt, würde ich sagen. Oh Gott, ey. Okay, Kira, das ist bestimmt eine Rüstung für dich, weil... ...die macht mir wieder ein bisschen was wett. 77 Beherrschung, 90 Ausdauer. Ja. Angriff, kritischer Treffer, Schildwert, Verteidigung. Ja, du kriegst die Rüstung. Die passt zu dir. 107 Beherrschung, 108 Ausdauer. Boah, hier, du kriegst den Gürtel. Der passt zu Rat zur Rüstung. So. Okay. Quest erledigt, würde ich sagen. Hahaha. Geil. Oh. Da musst du halt wirklich erst mal drauf kommen, ey. Wo war jetzt hier? Dort, also muss ich zur Donner werft. Da. Oh, mein Arsch. Ach, mein Arsch, Mama. Ey, das ist nicht besser geworden. Ich verbrauche so viele Medikits, weil ich mich vertippe. Ah. Ab nur mal, Kacke. So. Bin ich hier in der Kantine. Verkauf jetzt schnell die Zinsachen. Bloß eine Ruhe zur. Das sind die besten Preise an diesem Ende der Galaxis. Überzeugt euch selbst. Erfordert Stufe 40. Gepfeffertes Bantastik. Erhöht die Gesundheitsregeneration außerhalb des Kampfes um 90. Gesundheit pro Sekunden hält 30 Minuten lang an. Oh. Erhöht die Präsenz um 84, nee. Jukebockmünzen will ich nicht. Aber. Reparieren. Ich habe jetzt in den 4 Helden plus 2 Quests. Tatsächlich 35% Haltbarkeit verloren. Bei meinem Schwert. Hab mich sehr gefreut. Alter, wirst du mal gut gekämpft haben. Das ist mies. Das ist, Alter, nee. Alter, nee. Alter, nee. Lass einen Follow da. Boah. Äh. Das ist... Handlocksbogen Corellia. Ja. Den habe ich schon angeklickt, den Typsy. Hier gab es doch wieder irgendeinen Jedi. Hier. Oh, nee. Modifikation 52. Ach, stimmt. Hier habe ich ja Ewigkeiten so eine Modifikationswerkbank gesucht und keine gefunden. Na. Ha. Stimmt. Da war ja was. Hey, Ronux sag's. Lass einen Follow da. So. Warum sagst du jetzt auf einmal irgendwelche Namen? Ja, das sind die typischen Spieler, also die Spieler, die mir hier begegnen. Ach so. So. Na gut. Ich würd mich mal kurz. So. Ich hab... Ne, das nicht. Äh, die Faxen dicke von Stars. Ich werde jetzt kurz den Stream komplett beenden. Neun Stream starten. Rockstar. Dancer till i drop. My love is as hard if my hope is the club. Nostate pista dance, your party never stop.